aber so ganz privat also es ist man kann ja mit corona argumentieren die geht nicht ja einzeln vortreten bitte und wir sind ja schon zwei haushalte ja also noch mehr geht ja jetzt nicht ihr habt hier nichts zu suchen wo das intergalaktische mit maske das könnte lustig werden hier ist eine batterie dran mit drei stein mit drei punkten für die nicht nutzen können naja wobei man könnte vielleicht ja wir haben einen eigenen kern dransetzen wie bei im büro ja wobei es reicht schon wenn du so ein verbinder dran setzt und das dann hier her navigieren mit dem verbinder aber ja wie willst du es halt her navigieren ja die düsen habe ich ja jetzt fast alle weg müssen beim nächsten mal probieren wenn kommt ja garantiert wieder bald die nächste drohne ja wie kristen die auf dich geeicht wie hast du das mit dem basen gemacht was meinst du dass die dann dir gehört kurz kaputt schweißen also dass es kurz unter diese blaue linie geht dass es halt kaputt ist und dann wieder einfach heile schweißen dann funktioniert das also ja jetzt unbedingt ich sag mal es reicht wenn du bei einem raumschiff das cockpit schweißt dann ist es soweit in ordnung kannst du einsteigen kannst du dann steuern aber bei allen sachen die du halt direkt benutzen will zum beispiel raffinerien oder sowas da muss halt immer dann direkt an diesem teil machen dass du dann die ganze drohne überlegen dass man halt machen entsprechend nur das cockpit wobei die wird keins haben die wird eine fernsteuerung nur haben aber gut dann schweißt man das halt kaputt setzt man ein cockpit dran und fliegen hat das cockpit drüber ne blockade anna 4,1 5 na der will nicht zu uns nein 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 der will nicht zu ich sag das jetzt einfach mal so so die drohne ist weg die andere hast du gelootet jetzt dann haue ich mal hier die ganzen ressourcen rollen lade mich mal wieder auf hoffentlich geht das um schön zugebaut ja schon mal so ein bisschen also du geht wieso ja auch aber wenn ich mich ein bisserl lenke dann geht's wird willst du denn den container irgendwann auch hier rein haben ja ansonsten lasse ich im cockpit alles drin aber dann hole ich es lieber raus und schmeiße es drüben rein dann weißt du wenigstens auch was da ist zum bauen dann hast du das alles in einem drüben drüben sehr schön naja mal gucken vielleicht bietet es uns das ein bisschen schutzzeit willst du komplett zu machen dann halt mit diesen toren dann später die sonne kommt rum vielleicht reicht das ja gleich das zumindest eine waffe für dich gemacht wird ja gucken da hatte ich ja wird ja nicht richtig dass es ein selbstzerstörer ist sieht man das irgendwo rein oh das hört sich gut an ne noch nicht materialien fehlen sache was auch erst ja nickel nickel fehlt anscheinend das müsste drüben sein keine ahnung ein eins das fehlt glaube ich aber jetzt müsste es passen ja genug strom kommt eigentlich dann reicht es ja dann schon fast vorbei oder weil du hast ja jetzt erstmal die hälfte an strom na ich habe jetzt das andere ausgeschalten die raffinerie vorsichtshalber musste nicht direkt in den weil die sind nicht verbunden der der die das montage gegen und der so viele materialien jetzt dürfte er ja nicht meckern es ist ja alles da trotzdem nicht war nicht und jetzt auch da fehlende materialien und das ist aber normalerweise strom benötigt ja da geht ein aus an aus benötigte weiß maximal benötigte zufuhr 280 benötigte zu zufuhr 1 80 kilowatt ist die maximal benötigte ja die stelle nur 64 her jetzt geht es langsam hoch 86 ja momentan ist es halt echt nicht viel was wir da an zeug rauskriegen was denn oben drauf ja genau das ist die raffinerie stell die doch mal aus schon die ist aus ach die ist aus ja aber die solarzellen bringen momentan noch nicht genug aber die sonne wandert also von daher gleich müssten wir jetzt sind wir schon bei 3 2 da müsste gleich auch nicht was kommen aber trotzdem funktioniert es nicht das wundert mich eigentlich aber die sind schräg zusammen die sonne dreht sich gleich perfekt also denn sind die alle maximal aber trotzdem müsste der arbeiten steigt doch heute schön weiter an ja ich verstehe das nicht zwischen maximal benötigter energiezufuhr 280 und benötigte zufuhr 1 kilowatt ach nee das ist die jetzige weise aus ist ja die maximale 280 ja und bei den bei den dingern haben wir aktuell noch nicht genug die müssen noch ein bisschen weiter ansteigen aber momentan reicht das noch nicht klar die eine ist bei 94 die nächste ist bei 80 die nächste ist bei 70 sind bei 240 330 420 haben wir 500 haben wir was mich stört ist dass aktuelle abgabe unten drunter doppelt so hoch ist ja gut ein was ist aber nur in watt nicht kilowatt ach so ja auch stimmt ist auch nicht in weiß überhaupt nicht aber normalerweise müsste es zumindest in weiß anzeigen weil die komponenten da so wie die richtig schleifen maschine er das ja auch so verstehe ich nicht nickelwaren und eisenwaren ist mehr als genug da ja verfügbar steht da wiederverwertet ach du schwachkopf jetzt ich hab's hast gesehen oben guck mal rechts was da steht du warst auf zerlegen ach so ich hab's auf montieren gestellt jetzt ist fertig sehr schön nichts was ich nicht unten in der basis auch schon gesagt wurde du schwachkopf schön hast du noch munition geil warte dann schmeißt die da welche in den container rein wo ist denn jetzt das gewehr drin ich schwachkopf jetzt finde ich das gewehr nicht das muss aber die sind nicht verbunden also es muss in dem assembler drin sein mal die produktion habe ich eingestellt in dem anderen schön die sind verbunden oder was habe ich jetzt gebaut das jetzt ja es sind zwei jetzt aber jetzt liegen zwei drin aber schon mal eins in reserve kann ich mir hier rausnehmen jawohl habe ich was ich natürlich nicht habe ist essen und trinken aber warte ich könnte dir da auch ein bisschen was geben was passiert denn wenn ich umfalle ich habe dann nur wieder keinen da ist man nicht so gut jo danke es ist ich wollte noch dieses notfall wo ist es denn 20 munition nehme ich mal mit mehr werden wir ja nicht brauchen ach ja das notfall essen genau das krieg mit der grauen pasta und oh gar nichts yum yum lecker du was brauchen wir jetzt noch ach schönes ding sieben kilometer der andere scheint weg zu sein klassisch dies bund ich bin der schon wieder mit der stolper jetzt wollen wir vordrücken wenn der pflicht wieder gerade ein träger fehlt okay so jetzt haben wir alles achso jetzt kann ich gleich mal das zeug mitnehmen das graue wasser und sollte jetzt alles drüben sein im container ich bring jetzt die letzten mats mit ich auch noch silikon und nein silizium jawohl das heißt im basic sampler brauchen wir auch keine sachen mehr drin die schmeiße ich dann alle rüber in die einfache montage anlage so schotter brauche ich schotter 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 hast du die ganze schotter verbaut ne oben ne einfachen montage viel ist es nicht aber ein bisschen was vielleicht reicht das für ein paar sachen ne tonne ne ne tonne ist es nicht 1082,2 kg achso habe ich jetzt gar nicht gesehen ich habe jetzt hier aber eine andere wird nicht eine tonne ne ich habe jetzt hier was anderes gehabt deshalb okay so ich lasse gerade mal essen und trinken machen aber wie gesagt das dauert hier jetzt ewigkeiten in diesem kleinen teil mhm genau ist das gute ding hinten dran niedlich ja ne mal schweißgerät genau mit dem schweißgerät ja ein bisschen ach der braucht schotter und eis ich habe heute schon was reingeworfen was wie gesagt das dauert jetzt bis der da mal fertig wird kann man da noch eine kurbel rechts und links einbringen für uns beide also die einfachste möglichkeit sich zumindest ein bisschen mit was zu versorgen ne also oh man na bis der die 20 und 10 hergestellt hat sind wir einmal runter und sind wieder hoch mit 200 ja vielleicht schön fünf schotter brauchst du für einen so ich würde dann aber für ich frage mich gerade für was ja ich habe schon reichlich aufgenommen